...die Platten noch nicht ganz sanierbar sind. Heute, nach weitestgehender Durchsamierung und Wärmeschutzmaßnahmen, sind die Platten von damals kaum noch wieder zu erkennen. Also da müsste jemand schon einen geschulten Blick haben oder lange Zeit drin gewohnt haben, um das einigermaßen erkennen zu können. Und deswegen haben wir gesagt, das ist doch mal eine tolle Sache hier an einer Stelle, wo ganz viele Phasen des DDR-Wohnungsbaus in ihren verschiedenen Entwicklungsstufen wunderbar präsent sind. So eine Information geht dafür, dass nur zwei eingehört werden. Okay, er kennt sich eben besser aus als wir alle. So sieht es auch aus. So. 23A. 23A, Sie haben da noch mehr. Ich hab mal 23A gewohnt. Ich kann mal über 23A erzählen. Also 23A zeichnet sich nicht kleine Dinge aus. Also 2,5, 2,5. 2,5 haben wir gerade gelernt. 60, 65 Quadratmeter für vier Personen gedacht. 2,5, 55 Quadratmeter für drei Personen gedacht. Manchmal haben die da auch zitiert gewohnt und in das kleine Zimmer, was immer das Kinderzimmer sein sollte, sind dann die Eltern schlafen gegangen und in das große Zimmer zwei Kinder gelassen. Was bei den Q3As schwierig war, dann steht ja auch, dass es da noch Ofenheizung gab. Also die winzig kleinen Räume waren auch noch mit einem Ofenbruch zugestellt. Im Haus, im Haus, im Haus, im Haus. Ja, das ist alles. Und vielleicht auch, was sich in den 20, 30 Jahren seitdem zugetragen wird. Falls jemand von Ihnen besser hat, so etwas. Ich weiß es nicht mehr, es ist eine einzelne indischen Regelungen. Ich weiß es nur einen Müキceler, ich bin Tezt Man nehme?